ja hallo ihr lieben ich grüße euch ja endlich habe ich mal wieder zeit gefunden video zu drehen meine güte ich habe es versucht die woche über aber es war so viel los und ich war so viel unterwegs und habe viel sport gemacht habe mir neue laufschuhe gekauft war das wetter wird ja langsam aber sicher besser oder sagen wir mal sommerlich heute scheint zum beispiel am sonntag die sonne ja und heute morgen war ich zehn kilometer joggen mit meiner schwester habe die neuen laufschuhe eingelaufen und die sind echt bombe und war gerade eben mit meinem mann und mit puma mit unserem hund zwei stunden spazieren war auch toll aber jetzt kribbelt es mir in den fingern jetzt habe ich gesagt schatz gehen wir eben ein zimmer weiter jetzt brauche ich mal eben kurz ruhe und möchte ein aufgebraucht video drehen denn wir haben tatsächlich ja schon juni wahnsinn wie schnell die zeit vergeht und ja ich habe gesammelt hier sind jetzt in dem täschchen alle sachen drin die ich im monat mai leer gemacht habe ich weiß gar nicht ich finde es jetzt nicht unbedingt so viel aber auch nicht wenig naja ich fange einfach mal an und zwar moment jetzt knister ich zu viel rum habe ich leer gemacht mal wieder mein garnier clean and fresh mein geliebten augen make-up entferner es ist der grüne hier den seht ihr fast in jedem aufgebraucht video das ist der mit traubenextrakt und so hier unten steht es auch für die die es noch nicht kennen ist für empfindliche augen geeignet also bei mir entfernt er am auge wirklich alles es dauert einen moment ich tränke damit das wattepad legt mir das so auf die auf die wimpern aufs auge lasst das ein bisschen einziehen aber dann geht das wirklich relativ flott ja und wie gesagt sehr sehr gut es brennt bei mir in den augen überhaupt nicht und ja ihr bekommt das bei rossmann leider habe ich bei dm noch nicht entdeckt oder so aber bei rossmann da kaufe ich das immer kann ich nur empfehlen dann habe ich leer gemacht endlich von balea young ich weiß gar nicht ob es das zeug noch gibt das ist die mademoiselle chic dusche ich glaube die gibt es nicht mehr oder keine ahnung auf jeden fall von balea young diese gut duftende dusche wonach hat das geduftet nach was steht denn hier schokolade und orange genau also eher was was ich so zum winter ja was er zum winter passt wie ich finde aber es war jetzt auch okay es hat beim duschen ja die haut gereinigt es hat nach der dusche nicht mehr lange auf der haut geduftet aber muss es ja auch nicht meistens creme ich mich ja danach noch ein und ja aber ich fand das nicht schlecht es ist leer war okay und für das geld kostet noch nichtmals ein euro meine ich diese balea duschen ja dann habe ich leer gemacht dieses leckere zeug dresdner essenz wellness baden das habe ich geschenkt bekommen und ich kann nur sagen vielen vielen dank ich habe das noch nie benutzt vorher von dresdner essenz diese dinger ich glaube die gibt es bei rossmann oder gibt es ja auch im dm ich weiß es jetzt gerade nicht auf jeden fall ist das für wärmende bade essenz schokolade und ja das kommt dann so ins bad rein und das hat wirklich wunderbar nach schokolade es duftet auch ich habe es offen geschnitten für eine anwendung war das jetzt es riecht herrlich nach schokolade also wirklich und cranberry steht hier ja ja es war sehr sehr angenehm ich glaube ich habe da drin ungefähr eine viertelstunde gebadet es hat jetzt nicht so geschäumt meine ich habe es meine es hat nicht geschäumt aber es war sehr sehr angenehm auch für die haut es hat meine haut nach dem baden ja war die gar nicht so trocken wie sie eigentlich ist es war sehr sehr pflegend irgendwo denke ich mal hier steht es auch hier ist avocado öl drin intensiv gepflegt und vor dem austrocknen geschützt genau und das habe ich auch so empfunden hier die haut war wirklich ja ich ich brauchte mich eigentlich gar nicht danach ein creme und das fand ich klasse und der duft ist klasse und es gibt von diesen dresdner essenzen von diesem badepuder gibt es natürlich noch andere sorten habe ich gesehen und aber das habe ich geliebt werde ich mir auch nachkaufen jo dann habe ich leer gemacht ganz unspektakulär eine handseife von balea karamelltraum ja das war limitiert war eine herbst ich glaube letztes jahr im herbst winter gab es kam die raus und ich liebe karamell duft und die war super ich glaube die habe ich mir damals auch nachgekauft oder so keine ahnung aber die war wirklich ja war toll war richtig richtig lecker und hat spaß gemacht sich die hände damit zu reinigen dann habe ich leer gemacht genau das gatubi von schwarzkopf die schmusekatze das haarspray benutze ich sehr sehr gerne weil meine haare ihr seht es auch heute ich habe bei eben duschen und die naja die stehen in alle himmelsrichtungen ab aber ich habe von der lieben sannie ich hatte ja ein tauschbäckchen mit der lieben chat maus gemacht mit der lieben sannie die hat mir diesen haar reifen hier geschenkt und guck mal sannie ich hoffe dass du das video schaust ich trage den seit ich den habe fast nur noch der sitzt wirklich bombe da sind ja diese haken und dem macht man sich ja zack so rein und ich bin eigentlich kein haar reifträger ich trage ja ihr wisst es haarbänder aber dieser haar reif sitzt wirklich bombe also vielen vielen dank sannie der ist klasse der haar reif ja zurück zum haarspray das nehme ich sehr sehr gerne es ist ich kaufe es meistens wenn es reduziert ist weil es fast fünf euro glaube ich kostet ich kaufe mir das meistens bei rossmann weil da ist es oft im wirklich habe ich es jetzt öfteren reduziert gesehen es hat wie ich finde ein sehr sehr leckeren angenehmen duft so leicht ins süßlich gehende ich sprühe mir das hat jetzt nicht so wie sagt man ja also da kannst du ruhig mal ein bisschen länger sprühen das verklebt die haare nicht es ist einfach nur für mich wenn gerade wenn ich mir so einen zopf gemacht habe oder die haare zurück mit dem haarband dann gehe ich so einmal darüber und damit diese nachwachsenden härchen nicht so abstehen das sieht dann mal so komisch aus finde ich und dafür benutze ich das meistens und ich habe es mir auch jetzt nachgekauft ich kaufe mir das auch meistens immer wieder nach obwohl ich auch noch andere haarsprays habe benutze ich das irgendwie im moment am liebsten ja leider ist es ein bisschen teuer aber wie gesagt wenn ihr interesse habt schaut mal bei rossmann gibt es das oft im angebot so und jetzt brauche ich mal eben schluck kaffee bin doch jetzt ein bisschen k.o. vom vielen sport aber ich habe wieder so richtig weil gerade wenn das wetter besser wird bei diesem wetter wenn es noch nicht ganz so heiß ist voll lust zum laufen zum joggen richtig richtig toll ja und leer gemacht habe ich dementsprechend auch von gillette venus den wie spricht man das aus m brace keine ahnung diese rasierklingen hier waren drei rasierklingen drin so sehen die aus die haben also fünf was steht hier fünf klingen ja und dann so ein feuchtigkeitsband hier oben drin ja die habe ich jetzt leer gemacht alle drei die kosten dann schweine geld aber ich finde die halten auch sehr lang hier hinten seht ihr es noch mal besser also ich habe den rasierer hier und bin sehr sehr zufrieden rasier ich habe mich glaube ich mit dem hier noch nie geschnitten vorher ich weiß gar nicht vorher hatte ich glaube ich mal ein vom was war das weiß ich nicht auf jeden fall war das nicht so guter und auch wenn der jetzt wenn die klingen sehr sehr teuer sind ich glaube drei stück kosten 10 euro oder so halten die wirklich sehr sehr lang und ich kann mir damit wirklich ja super die stellen rasieren die ich halte an meinem körper so rasiere ja nein kann ich wärmstens empfehlen auch wenn teuer aber es rentiert sich irgendwo weil die klingen wie ich finde lange halten und nicht so schnell stumpf werden ja dann habe ich leer gemacht haha mein schadenlöscher von garnier fructis habe ich euch ja mal vorgestellt die schadenlöscher serie und ja das erste erstmalig habe ich davon jetzt die spektakuläre aufbau pflege leer gemacht ich bin ja sehr sehr großer fan von der reihe bin ich auch immer noch habe ich auch heute meine ja heute ist das eigentlich leer geworden eben beim duschen sind 200 milliliter drin und das macht euer haar wirklich bei mir zumindest sehr schön weich und ja es fühlt sich super gesund und gepflegt auch wenn meine haare sehr sehr trocken sind aber nachdem ich das hier benutzt habe sind sie super weich und ich fühle mich einfach ja richtig toll damit ich werde mir denke ich auch nachkaufen obwohl ich im moment noch viele andere ja kuren und pflegespülungen leer machen muss aber ich habe das jetzt auch schon des öfteren im angebot gesehen bei rossmann und beim dm meine ich auch ja aber ich kann euch das wärmstens empfehlen ich habe mir erst mit dem schadenlöscher die haare gewaschen und dann benutze ich das ja ist fast das gleiche wie eine spülung ihr macht euch das ins haar rein es muss nicht einwirken ihr könnt es sofort wieder ausspülen und ja ich finde das zeug prima und wer es mir bestimmt irgendwann wieder nachkaufen so schnell weiter dann ihr wisst mein mann und ich baden leidenschaftlich gerne und ich glaube ich habe das schon mal gezeigt vom palmolive die von aus der aroma therapy serie das warm vanilla spiegelt sich leider ein bisschen so das ist hier sieht man es glaube ich noch so ein bisschen so eine gelb leicht vanille gelbliche flüssigkeit und es macht wirklich ja das baden zu einem ja richtig tollen erlebnis möchte ich sagen weil es riecht wirklich wunder wunderbar wie gesagt dieses jetzt hier richtig richtig lecker nach vanille und es schäumt wunderbar in der badewanne man braucht nicht viel davon wie ich finde mein mann hat es mit mir leer gemacht hier sind 750 milliliter drin und ja das ist schon eine große pulle und ich kaufe eigentlich von palmolive des öfteren die aus der aroma therapy reihe die badeschaums nach es gibt da noch andere duft richtungen sage ich mal pflegerichtung aber das vanille hatte ich glaube schon zwei drei mal weil ich das vom duft her irgendwie finde ich das klasse dann leer gemacht mein gott noch eine handseife ja wir haben eine im eine habe ich in meiner küche stehen und eine auf bad das ist von hansan das nature lavendel 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 so steht hier mit antibakteriem wirkstoff das stand glaube ich in der küche diesmal ja ja lavendel duft halt muss man mögen ich mag es und ja was soll ich sagen es war ja es hat die hände gereinigt und vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal nach aber auch bei so handcremeseifen kaufe ich mir oft so gerne mal von balea auch diese limitierten sachen halt und ja aber es war okay dann leer gemacht ja diesmal von die make up diese duo diese großen wattepads eigentlich nehme ich ja immer die von dm marke die von ebelin die habe ich mit marrross mann gekauft da gab waren die reduziert und ja wie gesagt die nehme ich dann wirklich weil die ja eigentlich auch die sind sonst viel viel teurer halt wie die ebelin dinge und diese ja hab ich mir jetzt mal gekauft weil die im angebot waren und die waren auch toll prima wattepads dann leer gemacht von revale loo was ist das ja reinigungstücher Ja, 3 in 1, innerhalb 25 Stück. Das war jetzt auch mal eine limitierte Edition, aber ich habe die des Öfteren schon gesehen mit den Steinen hier. Das ist halt auch alkoholfrei gewesen und es hat, ja, meine Haut nicht gereizt. Also von Rival de Loup, die Reinigungstücher, genau wie vom DM, die vom Balea, habe ich bisher bei keinem irgendwelche Hautirritationen oder so bekommen. Ich finde die richtig, richtig toll. Sie hatten einen angenehmen Duft, nicht so penetrant oder so und waren auch, weil ihr seht ja, ihr öffnet das hier. Also ich, ne, dann nehme ich mir ein Tuch raus und dann verschließt man das wieder, aber immer, es kommt ja trotzdem Luft dran. Und bei einigen Tüchern, früher hatte ich das mal, ich weiß nicht, welche das waren, die wurden dann immer trockener und immer trockener. Und als ich nur noch, was weiß ich, 2, 3 Lappen hier von drinne hatte, ja, konnte man die eigentlich fast wegwerfen. Und bei denen ist es wirklich so, also die sind, die waren bis auf den letzten Lappen, waren die richtig schön feucht und es abschminken klappte mit den Tüchern prima. Kann die nur loben. Dann, ja, ich war ja im Mai, April, Mai, ja, sehr verschnuppt, gerade im April und da habe ich leer gemacht von Tempo Eis, diese Sorte Eis. Die riechen so richtig schön frisch, fast wie diese Eisbonbons, so richtig erfrischend halt mit eisiger, hier steht es, Zitrusnote. Zitrusnote. Ah, ein bisschen rieche ich es auch noch, also ich muss mir die unbedingt wieder nachkaufen. Ich hoffe natürlich, dass ich vor Erkältung jetzt erstmal verschont bleibe. Aber wer auf so Zitrus-Güfte steht, dem kann ich diese hier nur empfehlen. Die waren klasse und die habe ich auch gerne verbraucht. Dann leer gemacht, meine Güte. Ja, ich habe dann auch zusätzlich immer noch in der Küche von Sakotan diesen No-Touch-Handspender hier, wo man nur die Hand drunter halten muss. Da, ja, da hatte ich diesmal den Zitrus-Mix gegen Gerüche. Also, ja, wenn man gerade so Knoblauch oder Zwiebeln schneidet, dann bleibt ja oft dieser Knobi-Geruch. Aber ich glaube, da gibt es auch noch so andere Tricks. Aber die fand ich gut. Also, die hat wirklich danach haben, wenn ich gerade mit Knoblauch hantiert habe beim Kochen oder mit Zwiebeln, dann haben meine Hände danach, nachdem ich sie hiermit gereinigt habe, nicht mehr ganz so schlimm nach Knobi oder so gerochen. Ja, also ich finde die gut und ich habe halt diesen Spender. Und ja, jetzt habe ich eine andere Duftrichtung und diese hier war Fresh Citrus-Mix. Ja. So, jetzt haben wir es gleich. Zwei Sachen noch. Dann habe ich noch aufgebraucht von Ebelin aus dem DM diesen Nagellackentferner acetonfrei mit dem Pumpspender hier. Da legt ihr das Wattepad hier oben drauf und durch Pumpen wird das Wattepad befeuchtet und ja, dann kann man halt die Nägel ablackieren. Ich fand das gut, das Zeug. Es dauert zwar leider ein bisschen länger wie jetzt mit acetonhaltigem Nagellackentferner, aber da, ich muss das jetzt einfach hier mit, ich muss acetonfreien benutzen, weil meine Nägel sind halt sehr brüchig und kaputt noch. Und hier steht es auch mit Arganöl, ideal bei brüchigen Nägeln steht hier unten. Und ja, wie gesagt, das Ablackieren dauert bestimmt ein bisschen länger hiermit, aber ich kann euch nur raten, sowas zu benutzen. Vor allem dieses Zeug hier, weil es halt eure Nägel einfach schont. Und auch wenn es länger dauert, das Ablackieren, ist es halt nicht so aggressiv zu euren Naturnägeln, ja. Also ich werde mir das irgendwann wieder nachkaufen. Im Moment muss ich noch andere Nagellackentferner leider auch mit Aceton noch leer bekommen, aber ich werde mir das auf jeden Fall irgendwann wieder nachkaufen. So und zum letzten habe ich leer gemacht, eine Anti-Falten-Tagespflege von AOC. Ich glaube, ich habe euch die Nachtpflege schon gezeigt. Ich habe den Umkarton mal aufgehoben, weil ich bin sehr, sehr begeistert davon und kann mir auch vorstellen, wenn ich die anderen Dosen leer habe, mir die wieder nachzukaufen, weil die ist strahlend schöne Haut ab 30, hier steht es, ja. Das ist aus der Aqua Minerals Serie, ja, Anti-Falten-Tagespflege mit Meeresmineralien, Algen-Extrakt, mildert Falten, spendet Feuchtigkeit, verbessert das Hautbild. Ich habe diese Creme sehr, sehr gut vertragen. Sie hat wirklich super gut Feuchtigkeit gespendet. Es ist eine Tagespflege, dennoch ist sie sehr schnell eingezogen und ich konnte mich danach super gut schminken, was ich auch immer wichtig finde. Ja, so sieht der Umkarton aus und das Döschen, das hier richtig stabil aus Glas besteht, das sieht so aus, mit weißem Deckel. Ja, und der Duft war auch noch ein riesen Pluspunkt, weil, ihr seht es, leer, das riecht so wirklich, Aqua ist ja halt aus der Aqua Minerals Serie, es riecht halt richtig nach Urlaub, nach Strand irgendwo. Ach, herrlich. Also ich werde mir das mal aufschreiben, dass ich mir die mal wieder nachkaufe, weil das ist wirklich eine Geschichte, wenn sie dann auch noch bei Fältchen hilft. Ich sage mal, ich bin ja über 30 und, ja, finde ich klasse. 50 Milliliter enthalten. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer, aber ich fand den Preis noch okay. Ja, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr auch, wie ich, schon vielleicht über 30 seid, aber ich kenne auch viele, die benutzen schon so Produkte, die erst Mitte 20 sind, aber ich denke, kann auch nicht verkehrt sein. Ja, hier steht es auch nochmal hinten drauf. Zieht schnell ein, ohne einen fettigen Film zu hinterlassen. Hier hinten. Da, unten. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Super Ding. Ja, das war's. Ihr Lieben, ihr habt es geschafft, ich habe es geschafft und ich freue mich, dass ich endlich wirklich mal heute wieder Zeit hatte für ein Video. Mensch, wenn man ansonsten, ja, eigentlich drehe ich ja in der Woche immer so zwei, drei Videos, manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal hat man einfach nicht so die Zeit. Morgen zum Beispiel hat meine liebe Mutti Geburtstag und ja, deshalb seid mir nicht böse, dass jetzt längere Zeit keins gekommen ist. Ich bedanke mich auch super lieb bei euch für eure Kommentare. Auch da werde ich, bin ich noch lange nicht mit fertig. Ich bin auch wirklich nicht, ich hatte abends einfach nicht mehr die Ruhe und die Zeit, eure Kommentare zu beantworten. Gelesen habe ich sie schon fast alle, aber ich muss sie noch beantworten. Das wird auch kommen. Das verspreche ich euch. Nur, wie gesagt, braucht man halt ein bisschen Ruhe und Zeit dafür. Also vielen, vielen lieben Dank fürs Kommentieren, fürs Bewerten. Einfach, dass ihr da seid. Und jetzt möchte ich euch, ihr vielleicht fragt sich der ein oder andere, was ich hier für ein knalliges Grün auf meinen Nägeln trage. Das ist, als ich mir letzte Woche mit meinen Eltern und meiner Schwester neue Joggingschuhe gekauft habe. Wir waren in Hamm, da in diesem Einkaufszentrum. Und ja, da gab es ein DM und dann Nadine natürlich da rein. Und da habe ich dann diese neue von Essie, diese, ich glaube, Sommer-LE, ist das schon die Sommer-LE? Ich glaube. Da gibt es dieses knallige Grün. Da gibt es ein super knalliges, so kräftiges Sommerblau. Ich meine auch ein Orange und ein Pink und ein Flieder. Und wie gesagt, ich bin ja so, ich stehe ja auf Grün auch. Und ihr seht, ein richtig schönes Grün. Allerdings musste ich zwei Schichten verwenden. Bei einer Schicht war das noch so leicht durchscheinend. Ich habe halt zwei Schichten benutzt und bin sehr, sehr begeistert. Es hat, ich habe jetzt hier den von Essie, den Good2go, den Schnelltrocknungslack drüber gemacht. Deshalb leuchtet der so schön. Das hier ist Shake Your Dollar, sind das Dollarzeichen? Shake Your Makers auf jeden Fall. So, da. Ja, und dann gab es da wirklich ein wunderschönes Blau, ein sommerliches Orange. Richtig tolle Farben. Ich hätte mir gerne auch noch diesen Lila-Ton mitgenommen. Aber wie gesagt, die kosten ja fast 8 Euro. Und dann überlegt man sich das, wie viel man davon mitnimmt. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ich werde natürlich mich bemühen, dass ich diese Woche noch, ich bin nämlich getaggt worden. Bestimmt, ich glaube, zwei Texts, glaube ich, habe ich noch offen. Und die möchte ich gerne abarbeiten und auch viele, viele andere Sachen, eure Wünsche abarbeiten. Aber das braucht dann immer so ein bisschen Vorbereitung und ich hoffe, ihr seid, es wird natürlich kommen. Aber ich weiß nicht, ich kann euch nicht versprechen, wann. Aber es werden Videos kommen und ich danke euch für eure Zeit, dass ihr hier zugeschaut habt. Ich hoffe, vielleicht hat es euch ein bisschen was gebracht. Freue mich natürlich über euer Feedback. Wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, einen schönen guten Start in die neue Woche. Und sage Tschüss, bis bald. Eure Nadine. Eure Nadine. Vielen Dank.